Servus alle miteinander und herzlich Willkommen zur sechshundertsten Folge und zum Ende der Staffel 6 vom Let's Play um sie zweiter Antibus-Simulator mit mir, eurem Jürgen Rieser. Ich heiße euch alle herzlich Willkommen zurück von der Themenwoche auf der Karte Wittsburg. Irgendwann ist die dritte von den fünf Metrobuslinien, zwar fahren wir jetzt die Linie M3. Sie führt uns vom Nordstadtforum zum Hauptbahnhof, Fahrzeug dauert um die 15 bis 20 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O530GU Facelift EF, drei Türen Gelenkbus mit dem Getriebe OM457 HLA Euro5EV ZF Eco Mart 6AP. Wir fahren im Default Repaint. Ganz netter ist Stuttgart. Wir fahren jetzt auch direkt los. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Abfahrt! Und leicht war wirklich, wenn wir auf Stephen in Spны die Oberl referieren mit dem Abfahrt! новые Minister��fly condemnation des Unterhaltungenatanläuten neben dem Menschen zu continuously trusts und att dong. Dann haben wir noch unsere Masse getätigt aus. Die Zettelung des Zettelungsgeräusches Einmal kurz Strecke Kind bitte. Sehr geehrte Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen von der Vitrobuslinie M3. Sie führt uns vom Nordstadtforum zum Hauptbahnhof. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer. Man will sich sicher und vor allem sanft durch das bewölkte Winzenburg begleiten. Falls Sie welche Fragen oder andere Fragen haben, können Sie gerne jederzeit zum Befunde kommen. Deswegen nenne ich das Busfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nennen Sie sich nicht mehr nördlichen Fragen. Vielen Dank. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer aus aller Welt, ich hoffe euch an der draußen geht es allen gut, mir geht es auch dementsprechend gut, kann mich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 520 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von knapp an die 168.200 Aufrufe. Ich bin mir wirklich recht herzlich bei dem einzelnen von euch, der mich kostenlos schon alle Jahre als Support immer noch mit am Start ist und ich freue mich über jeden. Neun Zuschauer und Zuschauerinnen, die mich finden auf YouTube und mich kostenlos unterstützen. Bahnhof Nordstadt, Umstieg zur S-Bahn und zur Regionalbahn. Nicht drängeln, jeder kommt rein. Eine Kurzstrecke bitte. Aber gerne doch. Danke. Bitte. Danke. 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 Ich schätze, dass das einfach sein wird. Und das ist halt voll. Das ist der Tank in den Hals, die wir jetzt nicht herinnern. Gut, am Tank reicht die Wurzungsinstellung. In der Ferne ist die Wurzungsinstellung. Die Wurzungsinstellung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2018 ZDF für funk, 2017 Dynasty Servus denn damit. Servus. Achso, das war ja. Servus. Okay, dann los. Was geht ab? Ich hätte gerne Fahrscheine. Eine Einzelfahrt. Spell croiscken. Sollte Schnabel. Schnapp. Sollte Schnabel. Kaffee Ja, ich habe gesehen, dass die hier da... Die letzte Folge vom Arte ist nicht so gut bei euch eingekommen, weil ihr halt gar keine Likes bekommen habt, aber ich kann es verstehen, dass ihr nicht so die Fans vom American Truck Simulator seid. Fahren Sie auch mal los! Ich bin doch gerade erst gekommen. Danke. Und ja, das letzte Kegelvideos, der zweite Teil vom 200er Hofbrot, das hat über 150 Aufrufe bekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, es ist einer meiner beliebisten Kegelvideos, das ich jemals von euch aufgeguckt habe. Körner Straße, Rathaus. Das ist wieder ausgesprochen. Das ist wieder ausgesprochen. Gute. Gut, gut. Vielen Dank. Guten Tag, einen Verschein in Vollpreis bitte. Ich brauche gerne Löffel. Ich brauche mir die Zeit vor. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017